Gott wird Mensch. Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 337 – Die Speise zum ewigen Leben – Teil 3 In der letzten Episode waren wir in Johannes 6 stehen geblieben, wo die Leute Jesus fragen, was sie tun müssen, um Gottes Willen zu erfüllen. Und die Antwort Jesu ist für ihn völlig symptomatisch. Sie sollen glauben. Glauben an den, den der Vater gesandt hat. Und ich hatte gesagt, dass sich an dieser Stelle biblisches Christentum ganz radikal von allen anderen Religionen unterscheidet. Religionen haben Regeln. Regelkataloge, die unterschiedlich sein können, aber die alle einen Zweck erfüllen. Ich halte mich daran und damit erarbeite ich mir den Himmel, was genau unter Himmel dann auch zu verstehen ist. Das Evangelium aller anderen Religionen lautet, hier ist die Regel und jetzt streng dich an. Und dann kommt Jesus und dreht den Spieß um, indem er nicht auf eine Regel verweist, sondern auf sich. Nicht ich kann mich retten, sondern er muss mich retten. Ich bin nämlich in dem Moment verloren, wo ich die erste Sünde tue. Jakobus Kapitel 2, Vers 10 Merkt ihr, bei Gott geht es nicht darum, dass wir ein bisschen besser sind als der Rest und dass wir uns die Ewigkeit durch gute Taten verdienen. Dieses Konzept zieht bei Gott nicht. Und zwar gar nicht. Wer ewiges Leben will, der braucht Jesus. Er, der Sohn des Menschen, will uns geben, was wir brauchen, um ewiges Leben zu finden. Wer nicht verloren gehen will, der muss an Jesus glauben. Das ist, was Gott will. Dass wir anfangen, an den zu glauben, den er gesandt hat. Aber dazu ist es nötig, dass wir nicht den Fehler machen, den die Zeitgenossen Jesu gerade machen. Sie suchen nämlich nicht das ewige Leben, sondern ein klein bisschen Sicherheit, heute, hier und jetzt. Sie suchen den wundersamen Brotvermehrer, aber nicht jemanden, der ihre Sünden tilgt, für ihre Sünden stirbt oder der ihnen ewiges Leben gibt. Und vielleicht stellen sie auch deshalb jetzt eine ganz falsche Frage. Johannes Kapitel 6, Vers 30 Da sprachen sie zu ihm Was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? So schade. Ganz falsch. Was tust du nun für ein Zeichen? Jesus, du willst, dass wir an dich glauben, dir vertrauen? Du musst dir unser Vertrauen schon erarbeiten. Was gibt es heute zu essen? Was wirkst du? Warum ist diese Frage so schade? Warum ist sie ganz falsch? Weil der, der einem Zeichen wie der Brot- und Fischvermehrung nicht glaubt. Wer einem solchen Zeichen nicht glaubt, der wird auch einem zweiten und einem dritten Zeichen nicht glauben. Ihre Frage ist eine logische Katastrophe. Was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Lass es mich so sagen. Wenn Gott in deinem Leben ein Wunder wirkt, wenn er eingreift und du weißt, das war der lebendige Gott. Das war jetzt nicht mehr normal. Und solche Momente gibt es. Schreib sie dir ruhig auf. Wenn er das tut, dann fordere nicht dein zweites Zeichen. Frag dich lieber etwas anderes. Frag dich lieber, warum du noch ein Zeichen haben willst. Die Frage wäre wichtig. Warum will ich noch ein Zeichen, wenn ich schon eines hatte? Warum reicht mir ein Zeichen nicht? Was ist mit mir los, wenn mir ein Zeichen nicht reicht? Was sagt mir das über mein Verhältnis zu Gott? Aber zurück zu unserem Text. Johannes Kapitel 6, Vers 30 und 31. Da sprachen sie zu ihm, was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter aßen das Manna in der Wüste, wie geschrieben steht. Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Die Gesprächspartner des Herrn Jesus verweisen auf Mose. Gott selbst hatte das Volk Israel auf wundersame Weise in der Wüste über einen Zeitraum von knapp 40 Jahren mit Manna versorgt. Wir wissen nicht genau, was Manna ist, aber man konnte es außerhalb des Lagers sammeln und essen. Merkt ihr, was die Leute zur Zeit Jesu sagen wollen? Lieber Jesus, wir würden dir ja gern glauben. Aber erinnerst du dich an Mose? Der hat dafür gesorgt, dass das Volk nicht nur einmal satt wurde. Und wenn du so etwas wie ein zweiter Mose bist, wie wäre es heute mit einem neuen Wunder? Und wenn es Gott wirklich nur darum gehen würde, uns satt zu machen, dann wäre das die richtige Bitte. Aber darum geht es ihm nicht. Mit Jesus will Gott, seinem Volk, viel mehr geben als nur volle Bäuche. Und deshalb formuliert Jesus, Johannes Kapitel 6, Vers 32, Da sprach Jesus zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Mit meinen Worten, ihr Lieben, ihr fokussiert euch auf die falsche Sache. Was jetzt wichtig ist, das ist nicht ein Blick zurück. Das Manna in der Wüste ist bestenfalls ein müder Vorgeschmack auf das Eigentliche. Jetzt gibt es das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Und bitte vergesst eines nicht, das wahrhaftige Brot aus dem Himmel ist ein Bild. Ein Bild für den Herrn Jesus. Johannes Kapitel 6, Vers 33 Und mit Leben ist hier natürlich ewiges Leben gemeint. Der Vergleich geht so. Wie im Alten Testament Gott dafür gesorgt hat, dass aus dem Himmel auf wundersame Weise Essen auf die Erde fiel und das Volk Israel in der Wüste versorgt wurde. Psalm 78, die Verse 23 bis 25 Also wie Gott zur Zeit von Mose dafür gesorgt hatte, dass das Volk Israel durch das Manna am Leben blieb, so gibt er demselben Volk jetzt das wahrhaftige Brot, den Messias, damit sie durch ihn ewiges Leben bekommen. Was Essen für meinen Körper ist, es gibt mir Leben. Das ist der Messias, das ist Jesus für meine Existenz als Mensch. Er gibt mir ewiges Leben. Kein Essen, ich sterbe. Kein Jesus, ich gehe in Ewigkeit verloren. Jeder Mensch braucht Jesus als das wahrhaftige Brot, das ihm ewiges Leben geben kann. Und wie bekomme ich dieses ewige Leben allein durch den Glauben? Was könntest du jetzt tun? Du könntest dich fragen, wo du in Gott nur den siehst, der dich beschenken soll, aber nicht den, dem du folgen und an den du glauben willst. Das war's für heute. KI macht es möglich, dass du aus dem Skript ganz leicht einen Hauskreis machen kannst. Lade das Skript auf chatpdf.com hoch und bitte die KI, dir eine Einstiegs- und drei Austauschfragen zu generieren. Prompt ist im Skript. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen. 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 Amen.